Was sind die besten Hausmittel gegen Verdauungsstörungen? Die besten Hausmittel gegen Verdauungsstörungen sind einfache Dinge, die viele Menschen in ihrer Küche haben, wie Ananassaft, Backpulver oder auch nur warmes Wasser. Ein wenig Backpulver mit lauwarmem Wasser zu mischen und es zu trinken, ist ein sehr hilfreiches Hausmittel gegen Verdauungsstörungen. Darüber hinaus kann das Trinken eines kleinen Glases Ananassaft oder das Essen einiger Ananastücke dazu beitragen, die Verdauung zu fördern und das Auftreten von Verdauungsstörungen und Sodbrennen zu verhindern. Einige Hausmittel gegen Verdauungsstörungen können für einige Menschen und nicht für andere arbeiten. Pfefferminze hilft zum Beispiel einigen Menschen bei Verdauungsstörungen, während sie bei anderen Sodbrennen verursacht. Leider kann es ein wenig dauern, bis sie ein Mittel gegen Verdauungsstörungen finden, das funktioniert. Einige Leute finden, dass das Trinken eines Glases warmen Wassers, normal, bei Verdauungsstörungen helfen kann, und das Hinzufügen von etwas Honig zum Wasser kann ebenfalls helfen. Obwohl es uninteressant oder unangenehm erscheint, ist Spazierengehen eines der besten Hausmittel gegen Verdauungsstörungen. Es hilft, die Verdauung zu fördern und zu verhindern, dass die Nahrung wieder in die Speiseröhre geschoben wird. Das Tragen enger Kleidung, insbesondere eines engen Gürtels, kann ebenfalls Probleme verursachen. Das Lockern dieser Kleidung kann die Verdauung fördern. Jemand, der unter Verdauungsstörungen leidet, sollte sich nicht flach hinlegen, dies wird es nur verschlimmern. Wenn eine Person anfällig für Verdauungsstörungen ist, sollte sie mindestens zwei oder drei Stunden vor dem Schlafengehen aufhören zu essen. Es gibt auch einige einfache Hausmittel gegen Verdauungsstörungen. Kaugummi oder das Saugen an einer harten Süßigkeit kann dazu beitragen, mehr Speichel zu produzieren, was zur Förderung der Verdauung beitragen kann. Während des Essens sollte eine Person kleine Bissen nehmen und langsam essen. Schnelles Essen kann zu Sodbrennen führen, da die Person häufig zu viel isst und die Magensäure dann in die Speiseröhre zurückfließt. Obwohl es technisch gesehen kein Hausmittel ist, wird das Abnehmen oft für Menschen empfohlen, die unter häufigen Verdauungsstörungen leiden. Ernährungsumstellungen können dazu beitragen, Sodbrennen zu verhindern, zum Beispiel verursachen scharfes Essen bei vielen Menschen Sodbrennen. Häufige Verdauungsstörungen können zu einer physischen Schädigung der Speiseröhre führen, und Hausmittel gegen Verdauungsstörungen sind möglicherweise nicht ausreichend. In diesem Fall kann es erforderlich sein, dass der Betroffene einen Arzt aufsucht, der möglicherweise spezielle Ernährungsempfehlungen abgibt oder Medikamente verschreibt, um Verdauungsstörungen vorzubeugen und Schäden an der Speiseröhre zu beheben. Umfassende Antacida-Produkte können auch dazu beitragen, die Magensäure in der Zwischenzeit zu neutralisieren.